Hi, ich zeige euch heute einen Sidekick und der sieht so aus. Jetzt erklöre ich euch den. Hier steht seitwärts, wie der Name schon seit gezeigt. Dann macht ihr so einen Schritt, also nochmal. So. Und dann dreht ihr die da einfach gegen. Ja, das war der Sidekick. Viel Spaß beim Üben und ciao.